Wir haben natürlich gehofft, dass wir kein Pokalspiel hier bekommen, also kein klassisches Pokalspiel, wo der Gegner sich ins Spiel reinbeißt. Ist leider so gewesen. Kompliment an den Gegner, wir haben das wirklich gut gemacht, gut verteidigt und wir haben leider fahrlässig, waren wir mit unseren Chancen und waren nicht zielstrebig genug. Naja, enttäuscht es mir schon ein bisschen, aber ich denke der Stolz, der überwiegt, dass die Jungs da so geil gekämpft haben, dass sie sich so reingehangen haben und einen langen Stilgisten, der ambitioniert ist für die Mittelrhein-Liga, 120 Minuten beschäftigt haben. Und man hat gesehen, der Gegner hat alle Tore des Standards gemacht und wir haben dagegen gehalten, wir haben gefightet, gemacht und ich bin mega stolz auf die Jungs, Hut ab.